Ey Leute, kennt ihr Adibas? Oder Mike? Suprame oder Kelman Klein? Oder auch Birkenstix? Fakes kannte man lange nur aus dem Urlaub. Inzwischen hat sich das Game aber extrem verändert. Perfekte 1 zu 1 Replika, riesige Online-Netzwerke, Walk-in-Shops in Berlin und Luxusmarken, die den Fake-Look als eigene Ästhetik claimen. Aber was haben Fake-Sneaker mit Terroristen, krebserregenden Schwermetallen und Agenten zu tun? Fakes sind ein boomendes Business. Schätzungsweise werden jährlich aktuell rund 700 bis 900 Milliarden Dollar Umsatz mit Fakes gemacht. Für den Kontext, 2021 hat die weltweite Musikindustrie knapp 26 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, also rund 35 Mal weniger. 900 Milliarden im Jahr. Das hat mich gerade ein bisschen schockiert. Radekar schon harter. Einerseits ist es ja auch ganz gutes Marketing für die eine oder andere Brand. Und global soll der Gesamtwert von gefälschten Waren im Jahr 2022 wohl auf eine Billion US-Dollar steigen. Läuft bei den Fakern. Wir haben vielleicht 25K im Monat gemacht. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem. Das ist gar nichts. Diese Designer-Shops machen doch trotzdem ihre Millionen-Umsätze. Das ist so ein mieser Film. Bei Fakes unterscheidet man in drei Kategorien. Plagiate haben entweder leicht abgewandelte Markennamen oder sind erfundener Shit, den es beim Originalhersteller gar nicht erst gibt. Dupes sehen den Originalen vom Design her schon krass ähnlich, aber haben oft schlechtere Qualität oder andere Logos. Und die hochwertigsten Fälschungen, bei denen dann auch wirklich alles stimmt, heißen Replikas. In letzter Zeit scheint die Akzeptanz von Fakes extrem zu steigen. Es ist sinnlos, Original zu kaufen. Du hast dieselbe Qualität für weniger Geld. Ich habe auch Replika-Schuhe. Zwei sehen eins zu eins gleich aus. Die ganzen Replikas sind wirklich schon auf ein krassem Level gekommen. Bei Stalkix kommen 80 Replikas von 100 durch. Die haben Stalkix geschickt, haben als Original-Authentifizit Geld bekommen, haben gefakte Rechnungen gekauft mit Telegram, dann zum KDW umgetauscht. Es ist billiger. Jackpot. Also win-win. Wirklich. Früher wurden die Kids, die aus dem Türkei-Urlaub mit Adibas-Jogging-Anzug zurückkamen, noch ausgelassen. Fake wie Designer-Kleider aus Chinatown. Denn ihre Worte fake wie ihre Rolex und Klamotten, darum kann ich keinem vertrauen. Heute geben immer mehr Leute offen zu, Fakes zu tragen. Und flexen sogar damit. Ab zum Bazaar. Ich will Chef-Shanko, Piko. Fünf Euro, das Stück. Ich lebe gefährlich, Piko. Da der Fließ ab 20 bei. In Boxer-Shorts aus Türkei. Sogar Kappi macht Werbung für Fake-Gucci-Caps. Ich trage Gucci aus Türkei. Und keiner merkt's. Türkei hat sehr gute Qualität. Also die haben sich in den letzten Jahren sehr hochgearbeitet. Aber China hat immer noch die beste. Also da kommt wirklich eins zu eins. Gründe dafür gibt's viele. Die Qualität der Fakes ist enorm gestiegen. Und die billigen Sneaker, die nach zwei Kilometer auseinanderfallen, sind längst Geschichte. Ja, aber das ist ja umgekehrt. Die hochwertigen Schuhe sind einfach nicht mehr so aufwendig produziert. Sogar das Etikett, das ist alles gleich. Du merkst wirklich keinen Unterschied. Meine ehrliche Meinung zu diesem Thema ist ganz klar, es ist ein dicker Disrespect an die ganzen Brands. Inzwischen gibt's Fakes, die den Originalen fast eins zu eins entsprechen. Haben wir ja in der Prada-Folge schon mal drüber gesprochen. Dazu kommt, manche Sneaker sind so krass limitiert, dass man die nicht mehr bekommt, wenn man bereit ist, paar Honeys dafür zu blättern. Ohne Connection kommst du einfach nicht ran. Also kaufen sich die Leute stattdessen Replikas, wo die hochwertigsten teilweise teurer sind als die Originale. Diese R-Diores, als sie zum ersten Mal rauskamen, Preis ist glaube ich auf 100.000 ganz kurz gestiegen. Konntest du auch nur mit so einer Dior-Karte kaufen gehen. Dann hatten wir die eine Woche später. Die sind abgegangen wie sonst was. Aber die haben auch bei uns 700, 800 Dollar gekostet. Jemand, der diese Dior-Schuhe trägt, er fragt dich Millionen Prozent, ob er auf Kommission kriegt. Aus Nordrhein-Westfalen meistens. Ohne Scheiß. Und nicht nur die Produktion, auch der Vertrieb der Fakes ist viel professioneller geworden. Auf Reddit gibt es Fakes-Foren mit über eine Million Mitgliedern. Tendenz steigend. Dort werden Fakes getestet, bewertet und Tipps ausgetauscht, wie man den landeseigenen Zoll am besten austrickst. Der Versand hat sich wirklich verbessert. Früher war der bei einem Monat, jetzt ist der teilweise bei vier Tagen. Von China nach Berlin. Aber wir haben noch ein Paket, das ist seit 460 Tagen unterwegs. Manche von denen machen sogar eine ganze PowerPoint-Präsentation darüber. Laut Insidern läuft das Business meistens so. Erstmal werden auf chinesischen Amazon-Äquivalenten wie Taobao oder Vaidian die gewünschten Produkte ausgesucht. Zum Beispiel die freshesten Sneaker. Der Link geht an einen sogenannten Agent. Das sind so Typen, die die Schuhe dann erstmal von den Produzenten kaufen. Zwischenhändler sozusagen. Die holen Proben und schicken Fotos davon. Extrem detailliert. Sohle, Schnürsenkel und was immer gewünscht ist. Kriegt der Agent das okay, verpackt er die Ware und schickt sie los. Es sei denn, der Zoll macht Faxen. Die Agents haben eine kleine Provision von 2 Dollar. Stark aufgebaut, ja, muss man den lassen. Es hackt. Wir haben fünf Lieferanten ausprobiert in den letzten Jahren. Und irgendwann haben die sich dazu entschieden, bei einer großen Bestellung einfach uns zu blockieren. Und das Geld einzubehalten. Das ist schon drei, vier Mal passiert. Damit kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Der Zoll hat die Aufgabe des gewerblichen Rechtsschutzes. Das heißt, entdeckt der Zoll gefälschte Waren, darf er sie konfessieren und vernichten. Jopp, macht er auch. Und zwar im Warenwert von über 1,3 Milliarden Euro jedes Jahr. Also mit den Preisen der Luxusbrands gerechnet. Der Kranke hat das eine Zahl schwer vorzustellen, weißt du? Sie kennen die Standardmarken, Gucci, Louis, Prada, aber Chris nicht. Ich kann mir sogar ganz genau vorstellen, dass wenn da so ein 1 zu 1 Replika über die Bühne geht, dass sie das gar nicht so auf den ersten Blick checken. Der hat bei uns ein Paket konfessiert, nur mit Alexander McQueen schon. Und der Zollbeamte wusste entscheidlich, dass das eine Marke ist und hat die einfach durchgehen lassen. Ich war in Dubai vor ein paar Monaten und da gibt es ja viele Leute, Juweliere, die so bekannt sind, auch im Social Media Bereich. Und da gibt es einen und der sagt, der hat eine echte Richard Mill an Kunden in Amsterdam geschickt und der wollte sich quasi diesen Einfuhrzoll und den ganzen Stress, wollte der sich sparen und hat angegeben, dass die Urne 100 Dollar oder 200 Dollar wert ist und es als Geschenk deklariert. Dann haben die das Ding aufgemacht und haben gesagt, es ist fake und haben es vernichtet. An der Stelle am Zoll, falls jemanden braucht, der die Fakes gut exposen kann, ich bin der Mann dafür. Wer sich Fakes privat kauft und erwischt wird, muss aber zumindest vom Zoll keine Strafe befürchten. Die Bestellungen und das Geld sind aber trotzdem weg. Was aber illegal ist, ist der Handel mit gefälschter Ware. Für Produkt- und Markenpiraterie gibt es in Deutschland Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis 5 Jahre. Mein Bruder hinter Kamerad für Drogenhandel mit Encro 5 Jahre bekommen. Lustigerweise glaube ich, dass ich sogar mit einem Knast gesessen bin, der hat wegen T-Shirts aber containerweise aus der Türkei gesessen. Gegen einen Kollegen von mir ist auch ein Verfahren offen, das dauert jetzt schon 2 Jahre. Und es ist nichts passiert, weil einfach die Staatsanwälte dafür fehlen. Die haben Mörder, Heroin-Dealer, Vergewaltiger zu suchen und nicht Leute, die Fake-Klamotten verkaufen. Wenn du Fake-Klamotten verkaufst und das wirklich business-technisch richtig machst, die Cops, die packen dich. Ich weiß nicht, im Prinzip, wen schadet man denn damit? Firmen, die eh einen Milliarden haben? Wer sich also so viele Fakes kauft, dass der Zoll glaubt, dass man damit Business treiben will, hat safe ein Problem. Irgendwelche Dienstmarken tragende Zollfahndung Pussis hängen mir am Hals so wie Rollkragen-Pullis-Haber. 300 auf Dachow wie Narcos vorbei am Zoll, ich mach Loobings im Album. Man muss also auch sagen, Fakes zu kaufen erfordert einiges an Aufwand und Vorwissen. Und auch ein bisschen kriminelle Energie. Also vielleicht sind die, die Fakes tragen, selbst gar nicht so fake, sondern sogar real. Kann man so und so sehen. Was meint ihr? Inzwischen ist das Fake-Business so groß, dass Luxusmarken den Fake-Look teilweise sogar gezielt nachahmen und Kollektionen damit rausbringen. Die machen sich selber drüber lächerlich, dass so viele Leute Fakes kaufen. Die lachen über sich selber. Vor ein paar Jahren brachte Gucci-Hoodies, auf denen der eigene Name falsch stand, und Taschen mit fetten Fake-Aufdruck. Fendi und viele hatten eine Kollabo, die übertrieben nach Bazaar-Goodies aussah. Und der Fotograf Julien Boudet geht mit seiner Street-Fotografie von Fake-Goods komplett durch die Decke. Da werden Marken von Fakern kopiert, damit die Marken die Fakes kopieren können, die dann wieder gefakt werden. Fake Inception. Fake. Einer hat Fakes aber richtig ins Streetwear reingebracht. Depper Dan. Kennt ihr ja schon aus unserer MCM-Folge. In seiner Boutique in Harlem verkauft er in den 80ern Luxuskleidung an Hustler, Dealer, Sportler und Rapper. Aber alles Fake. Die Sachen, die er verkauft hat, gab es gar nicht. Er hat eigene Pieces hergestellt, die von oben bis unten mit Logos von Gucci, Louis und Fendi vollgekleistert waren. Das ist mir schon wieder zu kreativ, um das als Fake abzutun. Ich würde sagen, dass er das einfach weiterentwickelt hat. Ein Hybrid quasi. Ihm ist eigentlich zu verdanken, dass Luxusmarken ihren Weg in die Street-Culture gefunden haben. Und nebenbei hat er auch noch den Hype um All-Over-Prints ausgelöst. Für Olympia-Star Dianne Dixon stylte Depper Dan nicht nur das Innere ihres Mazza RX im MCM-Style, sondern schneidet ihr auch noch eine seiner Most-Iconic-Jackets. Aber der Film war genauso fluch wie Segen. Als sich 1988 Mike Tyson und Mitch Green vor Dans Boutique fast zu Tode prügeln, gerät der Laden in die Schlagzeilen. Obwohl die europäischen Modehäuser auf lange Sicht von Depperdans Knock-Ups profitiert haben, zwangen ihn die Anwälte der Luxus-Brands, seinen Laden zu schließen. Depperdans Comeback wurde wohl durch diese Gucci-Jacke von 2017 ausgelöst. Hä? Sieht genauso aus wie die Jacke, die Dan für Dianne Dixon geschneidet hat. Einfach nur Logo ausgetauscht. Credits gab's erstmal keine. Deswegen kassierte Gucci massive Kritik. Gucci sah den Fehler dann ein und bot Dan ein Kollabo an. Man muss sagen, der Bruder hat Klamotten so an sich verkauft, aber er hat nochmal was ganz anderes damit gemacht. Er hat ja eine ganz andere Klientel auch bedient, was ja Gucci oder diese anerkannten Modehäuser ja niemals drangekommen sind auch. Vielleicht, wenn er nicht da wäre, vielleicht wären die gar nicht drauf gekommen. Wenig später wurde ein gemeinsames Atelier eröffnet und eine Kollektion gelauncht. Und das alles nur dank Fakes. Ja, Bruder, ihr habt's geschafft. Fake it till you make it. Heißt glaube ich aber nicht, dass ihr jetzt da draußen auch irgendwie eine Kollabe mit Gucci oder Louis haben könnt, wenn ihr jetzt irgendwelche Fake-Klamotten verkauft. Gründe dafür, weswegen Leute Fakes kaufen, gibt es viele. Zu teuer, zu stark limitiert oder aus Versehen gekauft. Oder aus Joke, weil manche Fakes echt absurd sind. Das glaube ich als Joke gemeint. Also ich weiß nicht, wir hatten nochmal Schuhe bei den Zirka, Mickey Mouse, Disney und Gucci. Ja, ich hab zu Hause so Fischschuhe. Sowas kauf ich zur Belustigung, aber keine Fakes ehrlich gesagt. Gerade für junge Menschen sind Fakes eine Möglichkeit mit Designer zu flexen. Designer ist im Mainstream angesagt. Auch längst außerhalb der Zielgruppe der Reichen und Schön. Am Hype um Luxusbrands ist Rap sicherlich nicht ganz unschuldig. Wir heißen nicht ohne Grund Hype-Culture. Und gefühlt wird in jedem zweiten Text mit Marken geflext. Kennt ihr ja schon. Luxusmarken stehen im Rap mehr als sonst irgendwo dafür, es von ganz unten nach ganz oben geschafft zu haben. Ja, ich frag mich immer für was. Also dieser Mehrwert, den man sich da mit anzieht oder was. Kleiner machen Leute so, aber am Ende des Tages, wenn du ein charakterliches Arschloch bist, dann bringt dir das nichts. Wenn du dann echt holst, das ist irgendwie auch kein Flex mehr. Leute, die ich kenne, die echt viel Geld haben, die haben keine Marke mehr. Louis Vuitton hat eine Linie für die Leute, die einfach zeigen wollen, dass es Louis-Klamotten sind, sodass es dann alles vollgeprintet. Und dann haben wir eine Linie, wo das sehr schlicht ist, wo man es gar nicht ganz sieht. Die wirklich Reichen tragen das und nicht das. Und naja, Deutschrap ist einfach die größte Jugendkultur. Manche Fake-Verkäufer meinen, wenn amerikanische Celebrities oder deutsche Rapper ihre neuen Sneaker posten, erhöht sich die Nachfrage für entsprechende Fakes. Gehe nochmal zurück, zeig noch einmal diese Dior-Tasche, bitte. Zeig diese Dior-Tasche. Mittlerweile gestehen aber sogar krasse Hype-Beast-Rapper Fehler ein. Heute tut es mir weh, wenn so ein Jugendlicher auf mich zukommt mit so einem 800-Euro-Shirt und dann quasi auch so von mir Bestätigung erwartet. Ich denke dann immer so, eigentlich will ich gar nicht, dass du das kaufst. Im Endeffekt will ich damit sagen, sei klüger, als ich es war. Ich könnte das nicht. Ich denke an meine Mutter. 20 Euro Hose, will sie sich mal holen. Wenn man das halt als Jugendlicher sieht, dann denkt man sich halt echt so, das muss ich tragen, damit ich dazugehöre. Und das ist nicht richtig. Fakes scheinen ein Weg zu sein, um ein bisschen klüger zu sein. Man gibt halt weniger Geld aus und kann fast genauso flexen. Teilweise entstehen die Replikas sogar in den gleichen Fabriken wie die Originale. Im gleichen Land, mit gleichen Mitarbeitern, mit gleichen Blueprints. Noch ein weiterer Grund, das zu lassen, so viel Geld dafür zu belächeln. Das stimmt. Manche Fakes kommen wirklich aus derselben Fabrik, werden einfach nur zu uns verschickt für einen lächerlichen Preis. Es gibt einen Ort in China, wo die nur Schuhe produzieren, wenn die echt nur die Fakes produziert. Du kannst zum Beispiel, wenn du 500 Paar Schuhe bestellst, bei genau der Fabrik, kannst du auch Umänderungen machen. Zum Beispiel, die gefällt nicht. Sagen wir, dass die Schnürsenke so und so lang sind, dann ändern die die. Das ist ein quasi Siegel dafür, dass du wirklich in der Fabrik sind und auch Kontakt zu der Fabrik haben. 2014 wurden zum Beispiel Adidas-Replikas auf bestimmte Standards im Vergleich zum Original untersucht. Das Ergebnis? Fast der gleiche Schuh. Verarbeitung, Abnutzungswiderstand, Härte der Sohle, alles nahezu identisch. Die ganzen Rohstoffe, die kommen ja in Guangzhou oder so, in so einer Hafenstadt mit China an und dann kauft er seine Rohstoffe auch da, der Fake produziert, und sagt, machen wir mal diesen Stoff und was bestellen die? Die haben ja auch alle Infos und dann kriegt er das gleiche Material, genau gleich zugestimmt. Wenn Prada einen Schuh herstellt und die Türken fälschen diesen Schuh, ist genau das gleiche Material, Bruder. Der Prada macht doch nichts anders. Das läuft so. Brands wie Nike und Adidas beauftragen ausgewählte Fabriken für eine bestimmte Anzahl an Sneaker und liefern dann die dazu passenden Materialien. Wenn die Fabrik irgendwann mit dem Auftrag durch ist, haben die zwar keine Materialien mehr, aber immer noch die Baupläne. Sneakerheads spekulieren, die Fabriken produzieren dann einfach weiter. Aber unlizenziert. Für den Schwarzmarkt. Auch eine Recherche der New York Times bestätigt das. Wir sind am Trappendecker, ja? Du zahlst dafür, dass du zum Review-Store gehst, ein Cappuccino bekommst, einen eigenen Berater hast, dich hinsetzt, dich volllabern, Box, Dankeskarte, neue Kollektionen, Bücher, das zahlst du. Zahlt sich das Produkt. Und ihr erinnert euch vielleicht, MCM war auch deswegen in der Krise, weil sich durch häufige Fabrikwechsel eine Schattenwirtschaft gebildet hat. Andere Hersteller zerpflücken die Sneaker einfach Stück für Stück und versuchen so zu verstehen, wie die zusammengepuzzelt wurden. Teilweise sind die Faker so krass, dass sie nur das vorab verteilte Pressematerial brauchen, um Fakes zu bauen, die den Markt hitten, noch bevor die Originale gedroppt werden. In der Türkei sind die ja früher dran als hier in den Stores. Also die wissen ja schon von vornherein, welche Sachen released werden, Moncler Mercedes Kollektion, das ist ganz neu auf dem Markt, kriegen wir auch nächste Woche rein. Die werden in drei Wochen gelauncht und wir kriegen schon nächste Woche rein. Und wie der andere bestechen einfach die Fabriken, um an die Blueprints zu kommen. Na, come on. Also jeder ist käuflich. Die Leute in den Fabriken dann in China so, für die ist es dann wahrscheinlich auch sehr viel Geld und da muss man dann dafür sorgen, dass die besser bezahlt werden. Wenn es nicht von dir was Ideologisches ist, sondern du einfach sagst, ist was, was du als Arbeitnehmer für jemanden machst, der damit Milliarden Gewinne erzielt, dann sagst du doch, ja hier, 30.000 Dollar, nimm das mit. Die Fashionwelt steht währenddessen im Streit. Billiger Abklatsch, praktische Notlösung oder Rache an den Großkonzern. Aber zurück zur Moral. Den Hauptschaden tragen internationale Megakonzerne. Nike macht den jährlichen Umsatz von 44,5 Milliarden Dollar und verkauft Schuhe für 250 Tacken, die in der Produktion vermutlich nur einen Zintel davon gekostet haben. Da jetzt mit der Moralkeule zu kommen, ist für viele also eher schwierig. Am Ende des Tages könnte man sich jetzt denken, ey, die machen genug Geld, aber es ist trotzdem nicht real. Es ist nicht real, wenn du das machst so. Dafür ist bei Fakes die Qualität nicht gesichert und man kann sich nie sicher sein, was für Materialien wirklich verarbeitet wurden. Das schadet nicht nur dem Image der Marke. Die unkontrollierten Materialien können teilweise sogar krank machen. 2016 entdeckte der TÜV in Fake-Kleidung Giftstoffe und krebserregende Schwermetalle. Ja, das Risiko würde ich eingehen, da gab. Als wir ein paar Geld bestellt hatten, waren die ganzen Fakes von Maden befallen. Mäßig Maden, Würmer, richtig eklige Pestizide. Man hat halt nicht diese hundertprozentige Sicherheit, ob das auch alles nachhaltig ist. Ist es sowieso nicht, aber ja. Sowas würde normalerweise das EU-Recht aufhalten. Und im Extrem-Einzelfall finanziert der Handel mit Fakes sogar Terrorismus. Die Terroristen, die 2015 das französische Magazin Charlie Hebdo angegriffen haben, bezahlten einen Teil ihrer Waffen über den Verkauf von Fake-Sneakern. Dann supportest du das halt so unbewusst. Und das ist nicht cool. Für manche sind Fakes eine Chance mit kleinem Geld ganz groß zu Flecken. Andere feiern es gar nicht. Was man damit finanziert, weiß man natürlich nicht. Aber ob das jetzt bei echter Fast Fashion groß anders ist? Richtig sauber ist es ohnehin selten. Wir sehen hier eine Gucci-Tasche, die fake ist. Noch eine Gucci-Cap und wir sehen hier noch den Fake-Kapital. Ich habe hier noch ein Fake-People am Start. Muss jeder selber wissen, aber mach Hand aufs Herz. Was antwortest du, wenn jemand dich fragt? Aber wie viel ist dein Outfit wert? Also Leute, was haben wir gelernt? Supportet keine Fakes, ihr müsst keine Fakes tragen, um cool zu sein. Kauft Fakes, schaut euch Geld. Judgt die Menschen nicht, lasst tragen, was sie wollen. Stört mich nicht, dass Leute Fakes tragen. Ich komme selber von da, Decker. Ware im Wert von wieviel Euro würdest du durch den Zoll gedribbelt bekommen? Und welches Thema sollen wir als nächstes machen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Monatlich? Circa 15.000. 20.000. Digga, wo ich aussehe. Ich geh auf den Zoll. Die holen mich ja immer gleich raus. Aber ich habe schon ein paar Mal Glück gehabt. Übrigens hat Steuerungiff auch mal ein Auge auf das Geschäft mit Fake-Design geworfen. Schaut da mal rein. Und halt nochmal klein. Gib es auf dich raus also allein.